Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Der Sauna im Fass hört sich super an. Was steckt dahinter? Da steckt ein sehr toller Trend dahinter, dass die Menschen nämlich ihre Sauna nicht mehr im Keller haben, so wie es früher war. Früher hatte man auch einen Partykeller, sondern lieber im Garten sitzen. Zum einen, weil das ein wunderschönes Objekt ist, was man auch anschauen kann. Zum anderen natürlich, weil man, wenn man in der Sauna drin sitzt und schön schwitzt, man rausgucken kann, wie die Schneeflocken fallen, wie der eigene Garten schön beleuchtet ist. Das ist einfach so eine Erweiterung des Eigenheims in einen Wellnessbereich. Absoluten Aufmerksamkeit. Ja, sehr gerne. Natürlich, sehr gerne. Soll ich einheizen für euch? Das wäre ich zu. Wir legen Wert auf einen wunderschönen Vorraum, wo man sich ausruhen kann. Und hier drin haben wir eben den Saunaraum mit einem Ofen der freien Wahl. Ein Holzofen geht auch. Wird auch oft nachgefragt jetzt natürlich. Thema Energie ist heutzutage ja natürlich ein Ausschlusskriterium, auch teilweise für Käufer. Was habt ihr dagegen zu setzen? Also viele Menschen interessieren sich jetzt natürlich auch für den Holzofen. Hat den Vorteil, dass man natürlich auch noch den Holzgeruch da drin hat. Aber Elektroofen ist auch immer noch gerne gekauft. Letztendlich verbraucht er nämlich nur vier Euro pro Saunagang. Was ist so eure Preisrange und welche Zielgruppe sprecht ihr damit an? Wir sind selbst Hersteller. Das kann kein anderer von sich sagen. Aus diesem Grunde verkaufen wir direkt ab Werk eigentlich an den Endverbraucher. Aber wir haben keinen dazwischen. Deswegen sind wir in der Lage natürlich besonders günstige Preise anzubieten. Bei der Sauna liegt die Range zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark. Du hast es so recht, dass es so ist... Das war ja 1.500 Dß. Ich denke eigentlich, ja... Untertitelung des ZDF, 2020